Sehr verehrte Damen und Herren, es ist Zeit für eine neue Spur. Ich habe doch das Steuerbüro Lied gemacht. Ich habe jetzt vorher die Hundeseite verlinkt, die verlinke ich dann auch drunter unter der Steuerberaterseite. Oder beziehungsweise die Fun-Seite, die Spaß-Seite zu dem Lied, das auch Spaß sein sollte, für die Steuerbüros da draußen. Habe Hunde-Interviews gemacht. Auf der Suche nach dem Nadel im Heuhaufen, hörte von einem Modell, alle Steuerberater müssten nur über Nacht alle Steuern auf Null senken, die Verbrauchersteuern auf 50% anheben. Und wir lebten alle in einer relativen, wohlstandigen Gesellschaft. Je nachdem, wer wie viel kauft, zahlt so und so viel Steuer. Und es bleibt genug für die Bedürftigen. Das müssten also alle Steuerberater über Nacht ihre Software so einstellen, dass alle Steuern wegfallen, nochmal, und auf 50% gedeckelt wird Verbrauchersteuer, das gesamte Handeln. Jetzt habe ich gedacht, Mensch, das hört sich ja an, wie hört sich denn das an, die Weber-Aufstände? Wie wären denn die Steuerberater-Aufstände? Wie wären die Steuerberater der sehr verehrten weiten Welt bei unserem Herrgott, wenn die sich sagten, einst wie die Weber, einst die Situation des Staates ist zu verfahren. Wir müssen die Menschheit an sich bewahren vor Überregulation, Bürokratie und selbstzerstörender Verwaltungsmanie. Also nimmt man es in die Hand, man nimmt alle Positionen der Gesellschaft ein, der Marsch durch die Institutionen wird vorbereitet. Die internationale Auf-zum-Menscherecht. Ein neues Land wird ausgerufen. Ein internationales. Ja, man möchte fast sagen interplanetar, außerparlamentarisch, parteiübergreifend und natürlich, natürlich interdimensional. Interplanetar, sagte ich ja bereits. Dieses neue System, von dem der Steuerberater dann von den Seychellen bis zu Hawaii, von Deutschland bis nach Alaska und zurück in die Beringstraßen rüber, auf den Ostgebieten weilen dürfte mit seiner Kenntnisnahme des Buchhalterischen. Know-hows des internationalen Handels. Man wird nie wissen, wenn es je gelange, wann dieses System anfing, aber enden soll es nicht. Denn der weltweite Handel hütet uns vor Kriegern und der relative Wohlstand vor Aufständen sowie vor dem Prekariat hütende soziale Marktwirtschaft. An dieser Stelle mal gesagt, ich bin ein Fan der sozialen Marktwirtschaft. Ich höre mir das nochmal kurz durch und bin gleich wieder da. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich dachte, ich mache jetzt hier Schluss. Ich verlinke darunter noch die internationale Auf-zu-Menschen-Recht mit einem etwaigen Gott, sage ich, mit einem etwaigen Gott. Und wenn eine neue Weltordnung, dann eine gemischte, wo die alte und die neue beide vielleicht Geltung haben, dürfen, können, wollen werden. In diesem Sinne, gehaben Sie sich wohl. Ich danke für Ihre Arbeit in der sozialen Marktwirtschaft.